Die Route des Grands Alpes ist eine berühmte Touristenstraße, die durch die französischen Alpen zum Mittelmeer führt. Diese Route wollen wir bereisen. Alles andere ist offen. Entscheidungen werden wir unterwegs treffen, ganz spontan. Unterkünfte vorgebucht? Haben wir nicht. Wer sucht, wird fündig. Unser Plan lautet, keinen Plan zu haben. Außer einer Route. Die Route des Grands Alpes. 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 Untertitelung des ZDF, 2020